halb acht am friesenweiher und es ist richtig kalt freunde unglaublich wir haben nur zweieinhalb grad plus heute das ist echt verrückt ich bin gespannt was mich heute hier erwartet der weiher ist schon voll ich habe mir hier diesen platz gesichert da sind auch da stehen auch kunde von mir freut mich sehr sogar und jetzt bin ich mal gespannt was mich heute hier erwartet sollen noch richtig große fische drin sein so bis zu sieben kilo forellen vielleicht vielleicht erwische ich so eine ich bin ganz gespannt ok freunde mit dem octopus leaf habe ich jetzt zwei forellen verloren sasha warum ist das nicht die große sag mal ei 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 machen wir mal einen kleineren spun jetzt drauf mit dem leaf aktiv so schauen wir mal ich lasse wie immer hier am friesenweiher absinden fragt mich bitte nicht warum ich das mache aber irgendwie mache ich das immer hier und schön langsam führen so langsam es geht ab und zu mal stubser schlag in die rute geben das reicht dann auch bisschen maumitspun heute ja badenlistenberg habe ich die karte ich hab jetzt das ist was schön jetzt oder auch nicht doch noch mal warte mal ich hole den fisch raus zuerst komm mal her klein so dunkel gefärbt verrückt komm her komm her kleiner fisch nicht spring jawohl meine erste mit dem leaf aktiv kann in orange 2 gramm der sasha steht hinter mir versucht mit dem octopus leaf eine rauszuholen aber ich hab schon meinen ersten fisch direkt der wurf hast du vielleicht käche für mich da das wäre super ich navigiere in den käche ich muss von deiner schnur weg halten sonst verfehle ich sie sich noch so achtung ja nein 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 bitte nicht so nicht so nicht so wie ich vermutet habe freunde wenn die sonne rauskommt dann werden die fische auch aktiver mein zweiter dauert ewig lang aber ich komme trotzdem noch auf meinen fisch meine dritte und schaut mal was für einer eine bachwurr ich war etwas abgelehnt habe ein bisschen dumm geschwätzt und dann bamm reingeknallt jawohl und wieder der leaf 2 gramm unglaublich jawohl direkt unter den steck jetzt hole ich auch ein saibling raus ja wohl komm mal her gute ha 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 cool meine nächste bachforelle der sebastian hat auch gerade einen fisch rausgeholt mit dem octopus aktivker in blau blau das macht mich stolz ja 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 ja